Mit ihren vielfältigen Unterwasserlandschaften und weißen Sandstränden entsprechen die Malediven voll und ganz der Traumvorstellung eines Inselparadieses. Diese langgezogene Gruppe kleiner Inseln liegt 450 Kilometer südwestlich von Sri Lanka im warmen Wasser des Indischen Ozeans. Weniger als 315.000 Menschen nennen die Malediven ihr Zuhause. Die maledivische Wirtschaft dreht sich um zwei zentrale Geschäftszweige. Den Tourismus und die Fischerei. Tourismus ist die Haupteinnahmequelle des Landes und dank einer Durchschnittstemperatur von 29 Grad ist immer Saison. Trotz der vielen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Veränderungen, die seit der Öffnung des Landes für den Tourismus in den 70er Jahren stattgefunden haben, ist die maledivische Gesellschaft nach wie vor stark von jahrhundertealten Traditionen und dem islamischen Glauben geprägt. 30 Prozent aller Malediver leben in der Hauptstadt Male, einer geschäftigen Metropole mit lebhaften Märkten und Geschäften. Kein Vergleich zur ruhigen Gangart der einheimischen Fischerdörfer und Ressortinseln. Doch die Malediven sind nicht nur für ihre traumhaften Hotelinseln bekannt, sie sind auch eines der Top-Tauchreviere der Welt. In den ausgedehnten Korallenlabyrinthen wimmelt es nur so von faszinierenden Meeresbewohnern in allen Größen. Für viele Gäste stellt eine Begegnung mit Walhaien oder Mantas, dem sanften Riesen des Ozeans, das absolute Highlight ihrer Reise dar. Seefahrt und Entdeckung sind Teil der DNA dieses Landes und so ist es wenig überraschend, dass Kreuzfahrten eine große Attraktion der Malediven sind. Das Gefühl von Abenteuer, Freiheit und Entspannung pur auf solchen Kreuzfahrten ist einzigartig. Jeden Abend wird in einer anderen Lagune geankert und als Taucher hat man Zugang zu den besten Tauchplätzen des Landes. Ein Urlaub auf den Malediven liefert den Beweis, dass das Paradies tatsächlich ein Ort auf Erden ist. Die besten Preise für Ihre nächste Traumreise finden Sie bei malediventauchreisen.com, dem Malediven-Experten mit Bestpreisgarantie. Zahlen Sie nicht zu viel für Ihr maledivisches Tauchabenteuer. Achten Sie auf die Sonderangebote und Last-Minute-Rabatte auf malediventauchreisen.com. Wir sehen uns dann!